eine neuheit im katalog und nicht nur irgendeine sondern hier spreche ich wirklich alle an die einen glücklichen partner haben wollen und damit meine ich einen glücklichen partner nachts wenn man schläft man kennt das oder sie kennen das vielleicht das schnarchen dafür kann man nichts das ist vollkommen menschlich aber der partner leidet oder eben andere mitbewohner im haus aber bei mir ist es so wenn ich bei meinen eltern bin dann höre ich mein vater zwei stockwerke tiefer noch schnarchen und ich will gar nicht wissen wie es meiner mama neben meinem vater geht aber da geht es vielen so und schnarchen dafür kann man nichts aber wir haben etwas dagegen wie man das schnarchen eben reduzieren kann damit auch sie wieder einen glücklichen partner neben sich im bett haben und damit das zusammenschlafen eben stattfindet und nicht ein partner auf die couch geht und der andere im bett schläft das ist ja auch nicht das wahre oder überhaupt gar nicht und an der stelle muss ich direkt mal unseren chef zitieren wie er gesagt hat schnarchen führt zu rückenschmerzen jetzt werden sie sich denken rückenschmerzen wie bitte schnarchen ja wenn die frau dann immer den hier macht aber egal es geht darum dass sie das kennen dieses gereiztheitsgefühl wenn sie abends oder nachts genau so durchdrehen und sie sagen mensch kannst du jetzt endlich mal aufhören zu schnarchen oder sie kennen das wenn sie so angesprochen werden kannst du denn nicht mal bitte runter auf die couch ich kann nicht schlafen also es ist wirklich es hat für beide parteien ich spreche jetzt mal von zwei parteien hat das sehr viele vorteile das gerät dieses kleine gerät was ich ihnen hier präsentieren werde das ist die modernste technologie hochmodern im bereich der schnarchprävention ja so einfach kann es gehen dieses kleine gerät das kleben sie sich einfach an die unterseite des kindes und dann sorgt dieses gerät dafür dass sie nicht mehr schnarchen dass sie ruhig schlafen können dass ihr partner ihre partnerin ruhig schlafen kann das ist wirklich nicht nur eine genugtuung für diejenigen das akustisch immer hört auch für sie ist das auch gesundheitlich eine gute sache weil schnarchen das kriegt man vielleicht nicht unbedingt immer selber mit aber man muss sich mal vorstellen was passiert eigentlich beim schnarchen du verschließt ja die atemwege die muskel erschlaffen die zunge fällt so irgendwie so lasch in die atemwege runter vielleicht hat man auch noch ein zäpfchen was da irgendwie das das ist das schnarchen und was machen wir jetzt mit diesem gerät dieses gerät stimuliert ganz sanft genau diese muskelpartien so dass der die zunge beispielsweise eben nicht mehr schlaff im mund liegt und sie nicht mehr schnarchen und für sie wird das nur wohltat sein sie werden merken dass ihre schlafqualität mit einem schlag zunimmt weil sie eben auch selber nicht wirklich einen erholsamen schlaf haben werden wenn sie selbst schnarchen also das wirklich für beide parteien nachts wirklich die erleichterung absolut also ich habe morgen schlecht aufgelaufen schlecht gelaunt aufzuwachen weil der partner eben die ganze nacht geschnarcht hat weil man selber eben mehrfach durch das schnarchen des partners wach geworden ist ist schlicht und ergreifend eine qual und ich bin da ganz bei euch ich glaube das kennt jeder der in einer partnerschaft liegt und gerade männer in einem gewissen alter ich bin jetzt 52 die fangen eben nun mal an zu schnarchen wobei ich betonen möchte dass es also mitunter also auch frauen gibt die das problem mit sich herumschleppen und insofern glaube ich finde es ist es auch einem dem partner oder der partnerin gegenüber durchaus respektvoll und eine unglaubliche erleichterung wenn man vielleicht ganz einfach etwas dagegen tun wir kennen alle diese typischen hilfsmittel schnall dir einen tennisball auf den rücken damit du dich auf die seite drehst oder was ja liegt ihr ein keil irgendwie hin einen seiten schläferkisten oder sonst irgendwas ich für meinen teil soll wohl auch schnarchen wenn ich auf der seite liege also kurzum das schnarchen ist für beide parteien sowohl für den schnarchenden als auch für die personen die das schnarchen ertragen muss nun wirklich kein vergnügen es gibt alternativen die sind meistens invasiv und sehr sehr kostspielig und sehr sehr aufwendig auch das glaube ich nicht für jeden eine alternative insofern glaube ich zeigen wir ihnen hier gerade ein durchaus probates mittel um diesem problem des schnarchens herr zu werden und es kann so einfach sein genau wie funktioniert das jetzt das gerät erkennt mein schnarchen oder was genau richtig wir haben hier wirklich modernste technologie drin habe ich ja schon gesagt und ganz modern und in aller munde ist ja auch die künstliche intelligenz und die machen wir uns hier auch zu nutze wie das sehen sie zum beispiel auch in der app die kostenfrei für sie mit dabei ist mit dem lieferumfang enthalten ist und da können sie auch mal nachvollziehen wie oft schnarche ich denn eigentlich und die app kann wiederum nachvollziehen wie muss ich diese sanften stimulation diese sanfte massage denn gestalten damit das schnarchen aufhört also das heißt der springt genau dann rein wenn sie schnarchen ansonsten macht das gerät gar nichts hier sehen sie übrigens mal ich habe also ein bisschen simuliert hier die atmung wird hier im oberen teil aufgezeichnet und mit erfasst und dem unteren teil hast du dich schnarcher dann kannst du das auch mal am nächsten morgen nachvollziehen und sehen was hat denn dieses kleine wunder gerät tatsächlich über nacht bewirkt und wie gesagt mit dieser hoch modernen technologie setzt er genau oder passt seine leistung genau daran an wie denn gerade ihr schlaf so ist also das ist wirklich so genial was in diesem kleinen ding drin steckt und du hattest alternative methoden angesprochen jetzt habe ich erst am mittwoch mit jemandem gesprochen er meinte so super ich habe so eine maske auf dem gesicht und dann schnarche ich damit nicht mehr und dann haben wir ihn gefragt ja aber kannst du denn überhaupt mit so einer maske im gesicht schlafen ja irgendwann habe ich mich daran gewöhnt ich wette der kommt wird trotzdem nachts wach weil der dieses also das ist doch nicht natürlich sondern große maske also ich stelle mir das beklemmt ja und du möchtest ja auch nicht dich nachts rüber drehen zu deinem partner und dein partner liegt dann mit einer riesengroßen darf wader maske das ist ja auch nichts halbes und nichts ganzes und das ist ja wirklich so ein unauffällig kleines gerät das ist wirklich eine wirksame lösung unauffällig unten ans kinn kleben und ich glaube dass das wirklich für viele partnerschaften einfach ein lichtblick ist wenn das schneiden weil das schnarchen ist ein problem das schnarchen ist man kann da nichts für wie ich das schon gesagt habe aber ich glaube dass das sehr viele partnerschaften nachhaltig belastet und auch wirklich am morgen für für streitpotenzial sorgt weil der eine der partner der geschnarcht hat merkt das nachts vielleicht nicht aber der andere ist vollkommen unausgeschlafen und wenn man morgens zur arbeit muss aber einen sehr leichten schlaf hatte durch das orchester des schnarchens dann ist das für beide partner nicht schön der schnarchen schämt sich der andere ist unausgeschlafen und das zieht sich ja dann tag für tag nacht für nacht durch und hier so ein kleines gerät ich glaube dass also wenn ich jetzt richtig doll schnarchen würde und wüsste dass es so etwas gibt ich würde sofort zuschlagen weil ich möchte doch da ich möchte dass meine partnerschaft nicht am schnarchen zerbricht ja und es ist auch so herrlich einfach mit dieser technologie also das ist wirklich super dass ich so ein mini kleines gerät habe was so einfach in der handhabung ist und so wirksam ist also das ist wirklich fantastisch und ich meine da geht es nicht nur um das retten der ehe das ist auch schon mal ein sehr wichtiger und guter punkt natürlich weil wir brauchen den schlaf naja jeder kennt das gefühl wenn man schlecht geschlafen hat diese gereiztheit am nächsten tag die trägt sich wirklich den ganzen tag über hinweg so also das macht keinen spaß aber es geht ja auch um ihre gesundheit also schnarchen erhöht das risiko für zum beispiel herzinfarkte haben sie das gewusst ja tatsächlich erhöht auch das risiko für schlaganfälle sogar also das heißt hier geht es auch um die gesundheit wenn sie hier mit so einem gerät aktiv werden und ich habe ihnen jetzt auch noch mal diese ladeschale hier mitgebracht also wenn sie das nicht mehr brauchen tagsüber wenn sie nicht schlafen dann legen sie es einfach in diese ladestation rein das ist magnetisch dann wird das hier wieder aufgeladen so einfach kann es sein einmal hier investieren und einfach mal ausprobieren wie gesagt hochmodern was hier drin steckt und eine ganz einfache und sanfte art und weise ihrem körper zu sagen schnarchen das machen wir heute abend nicht wir ruhen uns wirklich aus klein kompakt und vor allem ein gerät mit modernster technologie was auch definitiv sein geld wert ist sie werden es gar nicht wirklich merken sie werden es aber spüren am nächsten tag nicht nur sie selber als schnarcher sondern auch bei ihrer partnerin dass da eine gewisse gewisse ausgeglichenheit besteht das ist mal sinnvoll investiertes geld insofern können wir nur sagen probieren sie es doch einfach mal aus wir reden von 99 euro 90 cent mit der zx 87 21 und der 569 wir haben aber auch noch 20 in 20er set ersatz elektroden sozusagen also sind die kleinen pats die man hier auf die auf die haut aufbringt die würde ich an ihrer stelle gleich mit dazu bestellen für keine 20 euro mit der zx 87 31 und der 569 viel erfolg wünschen wir ihnen und gute nacht